Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 44.100 US-Dollar. Wir hatten gestern nochmal einen kleinen Rücksatz, nachdem wir hier oben in diese Supply-Zone und über unser Golden Pocket gekommen sind. Dazu kommen wir gleich. Bevor wir jetzt aber anfangen, lasst auf jeden Fall den Video ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten sofort durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 44.100 US-Dollar. Wir hatten hier noch unser Golden Pocket. Wir sind leicht drüber gekommen, aber dieser Move hat im Endeffekt nicht ausgereicht, dass wir hier drüber kommen. Eine Bestätigung des Golden Pocket sehen. Und dann hatten wir jetzt wieder diesen leichteren Abverkauf. Ich zeichne euch das jetzt nochmal hier live ein, von was ich rede. Ihr seht es hier, WIG drüber. Nächste 4 Stunden-Kendle sofort wieder darunter. Momentan bestätigen wir das 0,5er Fibonacci Retracement Level. Also ich sag mal, noch ist es nicht extrem schlimm. Was mir hier einfach fehlt, wäre so ein bestätigtes Breakout. Also zumindest in Richtung 0,786er, um dann das Golden Pocket zu bestätigen und dann die Reise nach oben hin fortzusetzen. Natürlich müssen wir jetzt heute auch noch die Fette im Auge behalten. Da soll heute der Bericht, ich glaube nachmittags, auf jeden Fall rauskommen. Weil wir wissen seit Montag nicht, was wurde jetzt beschlossen. Werden die Basispunkte wirklich um 0,5 oder vielleicht sogar auf 1% oder sowas angehoben? Wissen wir alles nicht. Kann die Märkte heute noch ein bisschen verunsichern. Ich bin weiterhin noch ein bisschen Seitenlinie eher oder zumindest ein bisschen Short eingestellt. Einfach deswegen nicht, dass wir jetzt hier ein kleines Doppeltop rauskriegen und dann möglicherweise doch nochmal ein höheres Tief bei ungefähr 37.000, 38.000 US-Dollar bilden. Es wäre weiterhin Bullish. Also ich würde es mir sogar eher wünschen, dass wir nochmal so ein Rollover hier unten kriegen in den 38er Bereich. Nochmal ein bisschen, ein paar mehr Shorts reinkriegen, um dann hier die Trendwende nach oben hin hinzulegen. Müssen wir jetzt heute auf jeden Fall mal im Laufe des Tages abwarten, was sich da jetzt noch tut. Gegen Nachmittag, denke ich mal, wird da ein bisschen mehr raus sein. Russland sollte ja heute einmarschieren, was dann im Endeffekt ja ein Witz war, wieder von der Ukraine. Also wir müssen da geopolitisch noch ein bisschen drauf achten, was die FED macht. Also es wird heute ein interessanter Tag. Wenn wir jetzt nur nach TA gehen, sage ich mal, wir haben auf jeden Fall noch genug Unterstützung in diesem Bereich hier unten. 42.000, 42.500. Hier liegen die 4 Stunden E-Mail-Ribbons auf jeden Fall noch. Ja, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons plus hier unten noch kleineres Key-Level. Also das auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir hier möglicherweise nochmal runterkommen. Dann nach oben hin ein Bounce sehen. Und dann auf jeden Fall hier in Richtung 47.000, 48.000 US-Dollar diese Zone hier angreifen. Also das wird dann nochmal, sage ich mal, die entscheidende Zone. Ihr seht es hier, wir haben auch weiterhin, ich mache jetzt mal ganz kurz hier das FIP-Level wieder raus. Wir haben weiterhin natürlich die Möglichkeit, hier ein sogenanntes Inverse Head & Shoulders zu bilden. Die Möglichkeit besteht weiterhin, ich will es noch nicht ausschließen. Ob das dann wirklich so kommt, da wird heute viele Faktoren. Entweder entscheidet sich das heute wegen FED, wegen Russland etc., ob sich da irgendwas tut. Momentan sieht es auf jeden Fall noch gut aus, solange wir hier nicht nochmal einen weiteren Dip nach unten kriegen. Also klar, wir können auch sagen, okay, wir hatten hier hinten, hatten wir erst diese Bogenform, sind dann hier nochmal mit einem Fake-Out nach unten, sind dann weiter konsolidiert, bis wir dann den Breakdown im Endeffekt hatten. Kann natürlich auch hier sein, jeder denkt, okay, Inverse Head & Shoulders, wir gehen nochmal ein bisschen tiefer, vielleicht hier in diese Zone, bilden nochmal ein Lower Low auf den Mini-Timeframes, um dann nach oben hin auszubrechen. Also es ist momentan wirklich viel im Gange, beziehungsweise viele Möglichkeiten, die anstehen könnten. Volumen, absolut Mangelware, also da sieht es noch nicht Breakout-verdächtig aus, also noch nicht so Breakout-verdächtig, dass ich jetzt sage, okay, jetzt haben wir einen impulsiven Move, jetzt ist auf jeden Fall Bullenmarkt angesagt. Dafür haben wir einfach hier oben noch zu viele dicke Widerstände, die wir einfach impulsiv durchbrechen sollten. Und was ich mir weiterhin wünschen würde, ihr kennt es, wir haben diesen Up-Trend, wir haben den Monats-Priot, wir haben den 200er SMA, also diese Confluence da unten. Und dann noch mit diesem ehemaligen Key-Level hier, also mit unserer ehemaligen Widerstandszone, da kommt so eine Menge Support rein. Ich fände es ehrlich gesagt traurig, wenn wir die nicht antesten würden, einfach weil hier unten eine Menge Liquidität wahrscheinlich auch liegt, hier in diesem Bereich. Nochmal ein paar Shorts, außerdem haben wir ja auch noch unser CME-Gap von vorletzter Woche, also auch nicht vergessen oder aus dem Hinterkopf behalten. Bleibt auf jeden Fall spannend, ich werde euch auf jeden Fall eine Telegram-Gruppe auf dem Laufen halten, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber ansonsten, Ethereum, gleiches Spiel, da haben wir gestern drüber, ich behalte es hier weiterhin drin, ich ziehe das auch gerne noch weiter runter, weil dieses 0618er bzw. Golden Pocket hier unten, halte ich weiterhin für möglich, deswegen lasse ich es drin. Gestern haben wir darüber gesprochen, wir hatten hier unseren ehemaligen Abtrend, wo wir immer wieder gebounced sind, dann sind wir drunter gebrochen. Jetzt hatten wir gestern früh im Video angesprochen, okay, möglicherweise über den Tag ein Retest, der hat dann stattgefunden, also hier, wir hatten den Retest jetzt, wurden rejected. Jetzt kann ich mir auch hier vorstellen, je nachdem wie jetzt Bitcoin weitermacht oder was im Laufe des Tages passiert, dass wir dann hier wirklich entweder einen Bruch bis auf ungefähr 2960 US-Dollar gehen oder je nachdem, wie dann die News sind, weiterhin dieses Golden Pocket hier unten. Wir können jetzt sagen, okay, wir hatten jetzt hier ein höheres Tief bisher, wenn wir dieses Tief hier mitnehmen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann müssten wir jetzt aber auch versuchen, ein Höheres hochzubilden, weil sonst ist es invalid und wir kriegen einen Rollover hier nach unten. Gehen wir jetzt von einem M-Pattern aus, was wir hier jetzt auch gerne mal einzeichnen könnten, ganz kurz, Preisziel würde dann ungefähr im Golden Pocket, sage ich mal, rumliegen, also hier um das Golden Pocket, wäre dann ein Lower Low, also wäre jetzt auch nicht Bullish, da müssen wir dann wirklich gucken. Aber weiterhin ist das so für mich eine Möglichkeit, bevor wir hier kein höheres Hoch auf jeden Fall kriegen. Also wie gesagt, weiterhin ist es wichtig, mindestens 3465 oder beziehungsweise 3400 US-Dollar auf jeden Fall zu knacken, um ein höheres Hoch übergeordnet zu kriegen, weil vorher, wir haben hier immer noch weiterhin tiefere Tiefs, tiefere Hochs und somit haben wir keine Abtrendstruktur. Gut, dann schauen wir uns Cardano an. Cardano hat sich ein bisschen erholt, weiterhin im Key-Level, brauchen wir wenig drauf eingehen. In Dogecoin, absolute Sideways-Phase, nichts wirklich Wichtiges, möglicher doppelter Boden hier, Bestätigung der 4-Stunden E-Mail-Rubins, wir haben den 200er SMA plus 200 E-Mail über uns, plus Monats, Pivot als Neckline. Also hier, doppelter Boden wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, Pivot ist dann hier die Widerstandslinie. Vom RSI würde es passen, Volumen absolut grausig. Also ihr merkt, überall ist es kaum Volumen, wir können uns XRP noch angucken, XRP hat dann wieder mal ganz gut getroffen eigentlich, nachdem wir hier vor ein paar Tagen noch darüber gesprochen haben, okay, alles kommt dann wieder zurück zum Backtest. Eingetroffen, wir haben hier einen Uptrend gebildet, nach oben hin verlassen, Retest des Uptrends, Retest des Uptrends und jetzt wird dieser Uptrend meines Erachtens immer schwächer. Also wir haben noch die 4-Stunden E-Mail-Rubins, Volumen nimmt deutlich ab, also die Struktur gefällt mir langsam nicht mehr. Also auch hier ist die Möglichkeit, dass wir zumindest nochmal einen kleineren Pullback nach unten hinkriegen. 200 E-Mail liegt im Bereich des 0,70$. Dann liegt hier noch ein Key-Level plus der Monats-Pivot, also ich sage mal, der Bereich von 0,68$ bis 0,70$ ist hier auf jeden Fall interessant. Halte ich für möglich, habe ich euch vor ein paar Tagen schon in die Telegram-Gruppe gepostet, dass ich diesen Bereich hier unten ins Blickfeld nehme. Und die letzten Tage war es immer so, ja, wir sind erst nach oben gegangen. Dann habe ich gesagt, okay, diesen Bereich da unten mal im Auge behalten. Im Endeffekt sind wir dann ein paar Tage später hingekommen, man muss einfach nur Geduld haben. Es geht nicht immer, dass man jeden Tag in irgendeinen Trade reingeht oder auf Biegen und Brechen traden muss. Es geht darum, um die Chancen dann zu nutzen, die der Markt einem gibt. Und das behalte ich jetzt einfach mal im Auge. Je nachdem, was jetzt natürlich Bitcoin macht, wir müssen da jetzt aufpassen. Aber diese Zone hat hier eine Menge Konfluenz da unten. Deswegen werde ich die auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten. Gut, schauen wir uns Chainlink an. Chainlink hält weiterhin das Key-Level. Wir sind über die 4 Stunden E-Mail-Rubins gekommen. Auch hier deutlich abfallendes Volumen. Kein wirklich guter Zeitpunkt momentan. Auch hier haben wir es nicht geschafft, ein höheres Hoch zu bilden. Wir sind weiterhin eher in einer bearischen Struktur, die eher nach Seitwärtsphase aussieht, bevor wir hier nicht ein höheres Hoch und über den Pivot kommen. Außerdem kommt jetzt bei Chainlink noch hier diese ehemalige Abtrendlinie, plus der 200er EMA, plus der 200er SMA, als dicke Widerstände vor uns. Schauen wir uns FTM noch an. Auch hier, unser Key-Level hat gehalten. Aber ich bin hier immer noch nicht so ganz wirklich überzeugt, was hier noch passiert. Also, das kann man mal rausmachen, das ist invalide. Wir haben jetzt die 4 Stunden E-Mail-Rubins. Volumen absolut grausig. Also wir haben ja auch kein impulsives Breakout bisher gesehen. Da spende ich auch noch ein bisschen Seitenlinie. Müssen wir, also wie gesagt, einfach Seitenlinie momentan. Wir warten uns mal ab, was heute am Laufe des Tages noch passiert. Und dann wissen wir, denke ich, mehr auch, was die FET und sowas entscheidet. Sand ist jetzt kurz vorm Retest des ehemaligen Abtrends. Also auch hier aufpassen, dass wir vielleicht nochmal ein kleines Rollover kriegen. Andererseits, wir haben den Monats-Pivot angetestet. Wir haben die 4 Stunden EMA-Rubins angetestet. Unter uns ist noch der 200er SMA, der noch retestverdächtig aussieht. Das könnten wir auf jeden Fall noch im Blick behalten. Ansonsten schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Die Rolle von Blockchain in der Gaming-Industrie. Industrie, was habe ich gesagt? Ja, Blockchain-Gaming-Industrie wird, was sage ich denn? Gaming-Industrie, so, wird auch immer mehr mit eingebaut. Es gibt ja genug Konzepte, Gaming-Sandbox, was weiß ich. Habe ich noch nie gespielt. Ich bin Minecraft. Ansonsten, wenn euch der Artikel interessiert, ich poste ihn euch später noch in die Telekom-Gruppe. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und wir hören uns morgen wieder. Und wie immer, stay crypto.